Hallihallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragonguard 2. Wir sind jetzt hier in der Luft unterwegs, müssen uns durch die Monsterhorn hier kämpfen und zum Distrikt des leuchtenden Lebens fliegen, weil das wird von Monstern angegriffen. Und diese Distrikt, das sind so gesagt die Siegel in dem Teil... Oh, jetzt habe ich zu schnell weggedrückt. Scheiße. Und jetzt müssen wir das beschützen. Da müssen wir hin. Um die Kreaturen auszurotten, die sich in den Feldern bereit machen, musst du dich zum Distrikt des leuchtenden Lebens begeben. Und das, was ihr eben gesehen habt, oder ihr habt ja eben gesehen, jeder Charakter hat seinen eigenen Stufenaufstieg. Also es ist nicht mehr so, dass die Stufen übereinstimmen mit deinem Hauptcharakter, jeder steigt jetzt seine eigenen Stufen. Je nachdem, mit wem ihr halt mehr spielen tut. Finde ich ein bisschen besser gemacht, als im ersten. Weil so hat man halt immer noch irgendwelche Charaktere, die halt schwächer sind als dein Hauptcharakter, weil du wirst nicht immer quasi deinen Hauptcharakter nehmen müssen zum Spielen. Ne, die Haken voll. Goblins. Schau, ich habe nie gesehen, dass die Kreaturen in solchen Nummern in solchen Nummern gesammelt sind. Aber warum? Wer weiß, aber sie sind in den Distrikt. Vielleicht wollen sie hier etwas. Vers... Versänge die Kreaturen unter dir mit lodernem Flammen ateln. Sobald das Ziel deiner Mission klar ist, wird unten links die Missionsanzeige eingeblendet. Ja, also wir haben da an der Seite so eine Leiste und wenn sowas ist, dann müssen wir halt immer ganz viele Gegner töten. Das ist so gesagt, der Dezimier-Biten. Ja, und so sieht die Karte aus. Ja, die Ritter kommen. Sehr gut. Und das ist, was ich halt meine. Das sah man im ersten Teil ja gar nicht. Gebiete zusammen mit den Rittern des Siegel-Owns den anströmenden Monstereinheit. Und hier sieht man sie auch jetzt mit uns kämpfen. Was machst du denn? Krieg die Enemies! Im ersten hat man die ja nur reden gehört. Ja, ich bin doch da. Ich töte die doch. So. Die Seite ist gesichert. Jetzt die andere. Die Seite ist gesichert. Alles klar, Leckner. Mach das. Und auch die Gegner verlieren Geld. Mach dich auf den Weg zu der Höhle, die sich bis zum Distrikt des leuchtenden Lebens erstreckt. Räschte Monstere. Ich lasse dich nicht in meinen Weg. Hm. Die stirbt. Wie er weggeflogen ist, Junge, der Goblin. Hier sind noch Monster. Aua. Alle tot? Gut, dann können wir jetzt weitergehen. Auf zum Distrikt des leuchtenden Lebens. 18 Jahre ist es ja jetzt her, wie man gesehen hat, seit der Kampf zwischen Imperium und Konfederation war. Und jetzt ist die Welt halt wieder vernünftig. Alles in Gleichgewicht. Das ist ja jetzt her, wie man gesehen hat, wie man sieht, wie man sieht, wie man sieht, wie man sieht, wie man sieht. sehr gut ja und das ist noch mal eine liste da wird mein name angezeigt no way und leckner wie viel gegner wir einzeln vernichtet haben und insgesamt wie viel geld und wie lange wir benötigt haben ja ist halt gut ja ein neuer gefährd er ist schließt sich die an und er ist schwer haben wir erhalten also jetzt haben wir schon mal die erste kategorie freigeschaltet und um den gefährten nutzen zu können immer die waffe mitnehmen also wir müssen die waffen der gefährten ausrüsten weil sonst kannst du die mission nicht starten dann zeigt er dir nämlich an er ist hat keine waffe mitgenommen und wir brauchen die gefährten ab und an auch mal gizmor of the knights of the seer reporting is ordered my lord what is your command how goes the defense of the district of shining life have we routed the monster army knight eris is leading two squadrons to eliminate the thread no way the savior has also flown to the area the district of shining life is currently without the guardian lieutenant its defense is a week should anything happen to the key do not worry my lord i swear as a night of the seal that the invasion will be repelled will that be all my lord i must return to my duties if you will excuse me still i sense danger in our future ja also siri merkt dass irgendwas nicht stimmt also ja und das district hat halt keinen wächter der das beschützt ne die anderen haben alle einen und die werden wir auch im laufe der story halt kennenlernen wer wer ist a message from general gizmor a pack of monsters has appeared near the gate to the district understood tell general gizmor that commander eris has received his message the monster army will be destroyed yes my lady damn it some of them must have escaped sorry eris i'll come too oh gott schlag dich durch die vor dir liegenden höhen und erreiche den district des leuchtenden lebens let's stick together from here stay alone no no you have to meet some for me no 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 na 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 ne na na ja wir sind rauss mean Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der gibt dich zum Kommandanten oben auf den Hügel. Mach ich. Wie die alle wegfliegen, ne? Ja, und wenn ihr halt keinen Bock habt auf Eris, ne, Eris, dann wechselt einfach zurück. Ich weiß es nicht. Und immer schon das Geld ansammeln, ihr werdet es brauchen. Das low-way ist Stufe 3. We're going to wipe out the monsters at the foot of the hill. Ich bin auf dem Weg, General. Oder Hauptmann. Oder Kommandant. Gott, auch immer. Rücke zusammen mit deinen Kameraden gegen die ganzen Monster unterhalb der Klippe vor. Ja, ich finde das einfach viel besser hier, ne? Also man sieht halt wirklich, dass die Leute mit dir kämpfen und ich, dass du hier ganz alleine bist und du hörst sie irgendwo reden. Und du denkst dir dann, Alter, wo bist du denn? Ja, jetzt erklärt er uns wegen dem Kombo-Zähler. Oh, wir haben eine neue Waffe erhalten. Ein Speer. Also eine Waffe für Eris. Gut. Ja, ich finde das auch gut, dass das hier angezeigt wird. Das war ja im ersten Teil auch nicht so. Du hast die Waffen eingesammelt im ersten und du wusstest halt nicht, was es ist, ne? Und im ersten Teil konnte ja auch Keim alle Waffen benutzen. Vom Schwert bis hin zum Zauberstab. Jawohl. Oh, wow. Oh, wow. Alter, da sind noch ganz viele Monster. Die Ritter brauchen uns. Die können auch viel höher springen hier, ne? Die Leute. Ja, jetzt springen wir wieder auf die Leck nachs Rücken. Jenseits der Klippe tummeln sich noch viele Monster. Greife hart gegen das Verschwunschen der Hute durch. Jawohl. Ja, ihr seht auch schon, ne? Das mit dem Drachen geht halt ziemlich zügig. Auch Leckner hat ne Magieanzeige. Richtet ein Fahnenkreuz auf einen Feind oder eine ganze Gruppe aus und halte Kreis gedrückt, um eine Drachenwut zu entfesseln. Schwingen der Zerstörung. Das war eine Attacke. Und mit jeder Stufe, die Leckner steigt, kommen halt andere. Also wenn der Drache auch in der Stufe steigt, dann wird die Macht halt stärker. Die Goblins haben einen Ogre herbeigerufen. Finde seinen Schwachpunkt und beerdige ihn. Nichts lieber als das. Ich komme gleich. Und äh, diese rote Leiste an der Seite jetzt, das ist auch für Bossgegner. Alter, unsere Rötter sind gleich tot. Wir können ihn aber auch mit den Schwach-Leuten töten. Das ist nicht schlimm. Dafür benutzen wir Ares. Der Ogre ist tot. Dein nächstes Ziel ist die Grotte des leuchtenden Lebens. Ja, dann los. Ist das ein Distrikt? Ja. Up ahead ist das Distrikt von Schinen Life. Aber die Garten ist geöffnet. Hey, du! Bitte, wir bitten dich. Help uns. Release uns von dieser Pris-Leuten. Was ist das? Nein, hey! Nicht hör auf ihre Lies. Sie sind früher Soldaten des Empires. Sie versucht, um den Welt zu zerstören. Suche crimes können nicht unabhängig. Aber... Ha! Knights des Seals! Du bist nur eine Gang von Assassinen. Du kannst alle zu Hölle gehen! Ja, das ist von der Imperialen Armee übrig. Ich habe nicht gesagt, dass es hier sind. Eris, was ist passiert? Each of the Districts contains a key that serves to seal in the poisonous air. In Shining Life, that key is the Holy Flowers. Yes, but what do the people have to do with the key? The Holy Flowers draw on the life force around them to produce their blossom. This releases a perfume that neutralizes the poison and cleans the air. Life force? You mean, of the people who live here? Their sacrifices? Noe, don't be a fool. They are the Chosen Ones. Proud Martyrs. They're not proud martyrs. Look how terrified they are. The Knights are just forcing the weak and dispossessed to be sacrificial victims. Control yourself, Noe. I will not stand here and listen to you insult the Knights. I will strike you down. Let's return to the Grand Shrine. We have cleared the land of the monsters. Noe weiß gar nicht, was er dazu sagen soll, ne? Das ist schon ein heftiges Privileg, was der Ritter On da macht. You're late. What the hell were you doing? My apologies, General Gizmor. Please, sir, what are your orders? We've had reports of disturbances of the district of Soulflame. We need more information. Eris, I want you to go there with Lieutenant Zangmo. Damn, damn, damn. And there I was, thinking I'd been invited for an awards ceremony. But no, it's straight back to the district for poor old Zangpo. Is this one of the lieutenants who guards the district? That's right. Sir Zangpo, guardian of the district of Soulflame. Oh, damn. Do I really have to go? So, Zangpo, you would do well to follow orders. He's Sir Yaha, guardian of the district of Precious Light. Well, well then, Sir Yaha. Will you come with me? Oh, you won't? No, of course not. Not with me. No one wants to go with Hanch now, do they? Hmm, and her? Lady Hanch, of the district of Hallowed Water. How credible is the threat anyway? There's no need for me to go all the way to the district, is there? These disturbances have occurred just when the guardians are away from the districts. I hope it is merely coincidence, but we cannot rule out treachery. Damn it! Very well, my noble general, I'll do exactly as you say. I'll find the troublemakers and get rid of them. If you'll excuse us, we shall leave now. No way. I want you and your dragon to go ahead and clear the way. Leave immediately. Sir. Enough talk. We are the Knights of the Seals. We must guard those districts. Alles klar, machen wir, Chef. Oh, eine neue Waffe. Usurpator. Die nehmen wir gleich mit. Die rüsten wir für Aerys gleich aus. Ja, meine Lieben. Wir speichern jetzt noch und dann beenden wir die Folge. Kapitel 2, Gaia. Kapitel 2, Gaia. Ja, und damit können wir auch direkt ins nächste Gebiet stepen. Das ist die Weltkarte. So sieht die aus. Kapitel 2, die endlosen Schluchten. Ja, meine lieben Freunde, aber ich danke mal. Wir machen hier dann beim nächsten Mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bewertet die Videos. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.